Und damit einen wunderschönen guten tag meine lieben zuschauer damen herren und verwandte verwandte man kennt es ja ich schätze mal Okay ja wir sind hier wieder im let's play haben wieder einen aktiven twitter chat dazu muss ich gestehen muss ich gestehen der erste ist gerade schon wieder im chat dabei und wir können uns jetzt hier Alles erst wiederholen okay ja der erste ist im twitter chat schon wieder mit dabei wir haben dabei und ich brauche heute noch eine folge Und ich lege mal los keine ahnung was haben wir beim letzten mal gemacht ich bin schon wieder voll out of order Fangen die schucks beim stein plateau nördlich der parsing hinterwäldler hinterwäldler ab Ähm Na dann Beschwören wir einen drachen Und fangen schucks beim stein plateau von irgendwas ab Ich wusste nicht mal dass es hintergeht wenn ich ehrlich bin Und ich bin ehrlich Wir werden es wieder so machen mit der twitter runde ähm Ich werde ab und zu mal wieder reinschauen hier geht es gar nicht hinter Doch irgendwie schon Doch irgendwie schon Ich glaube auch noch nicht dass ich hierher soll Ach sieh mal einer an wir sind hier Ne ich glaube nicht dass ich hierher soll das ist glaube ich falsch hier Wir müssen glaube ich um den wald herum Um den berg herum Um den hügel herum Schauen wir mal hier hochkommen Anscheinend nicht schade Ne ok Wieder drüber Dann halt nicht Dann machen wir halt hier lang ist auch egal Lalalala Habe ich noch irgendwas anderes Entschuldigt bitte mein raues Stimme ich habe gestern wieder gestreamt da ist die stimme noch ein wenig im a Was ist das denn? Was bist du? Mystik, verdammtes Drache, cool. Der mysteriöse Restmoor-Händler ist aufgetaucht. Komisch, okay. Raunwolf-Alpha, hab ich da nie... Wo ist das denn? Hä, wo kommt die denn her? Okay. Lokaltourist, danke, ich brauche das Geld nicht mehr, nehmt es. Cheers. What is it? Ich habe Gold und sowas bekommen, weiß aber nicht wofür. Also, wofür? Make it quick. Hä, wo für habe ich das Geld bekommen? Bin mir unsicher. Na gut. Wollen wir mal unsere Sachen beschwören? Wir wollen mal... Hallo? Neri? Jetzt geht's keine Ahnung, die hat gerade ein bisschen rumgepackt. Da ist wieder so ein schöner weißer Drache, den wir aber nicht bekommen können. Und dann wollen wir uns rüber begeben auf die Insel, um eins unserer Quests abzuschließen, von dem wir mittlerweile ziemlich viele haben. Trefft Prax-Quister, Silberfisch-Schuppen, deckt den Betrug auf. Troublemaker-Crime. Fangt die Shucks beim Steinplatz unnötig vom parsing Hinterwäldler ab. Ich werde mal dann sehen, wo das ist. Nehmt die Banditen-Knorra ins Visio. Sammelt Ad Alchago-Tafeln. Ich verstehe nicht, warum sich keiner darum kümmert, dass sie dieses Spiel nicht mehr abstürzt. Das ist echt schlimm. Alle fünf Sekunden hast du so einen Spielabsturz. Vor allem der Splaced ist mega uncool. Kann ich wieder schnell? Ja, kann ich. Go, go, go! Das schaffst du! Jaaaa! Fast. So steigt der jetzt nicht ab. Her, ich denke ich. Mach mal Krumm, da kann ich nochmal Blatt kommen. Und wenn mal dabei sind. Wo ist er? Ach so. Grohmtan, grohmtan. Gibt immer schön viel Geld. Glaube ich bin mir gar nicht sicher. Können wir ja gleich mal schrauun. Wo ist er? Sie dreht sich denn hier um? Was? Ich hätte gar nicht vor, den zu zähmen. 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 Oh mein Gott, ich hatte gar nicht vor, das ist das Zähm, oh mein Gott, ich hatte gar nicht vor, das ist das Zähm, oh mein Gott Hab ich jetzt Kumpelzahn Der sieht schon cool aus Okay, beim Kumpelzahn, das hatte ich jetzt so nicht vor, aber ich habe ihn Na gut, also Wendell, ihr habt es geschafft, Mary Mary, ich wünsche, dass ihr die Freunde in unsere Stimmen der Baumgeister hören könntet, sie sind sehr dankbar für alles, was ihr für sie getan habt, nehmt dieses Schmuckstück als Belohnung für eure Mühen Die großen Drachen sollen nicht hier Was ist denn hier eigentlich? Ich glaube, der Baum Fugel, der würde gerne Neuen Skill erhalten Sind wir aufgestiegen wieder? Ne Um 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 Hier legendäre Drache Fernejacks, ok? Die bewirsche ich den Anderen nochmal. Mit Alt-F3. Ah. Ist der schneller als der Andere? Er ist gestorben, der Andere ist also so im Wasser einfach mal abgeregt. 180 Schimmlisch, guck mal, der schneller als der Andere ist, weil dann würde ich die Andere natürlich verkaufen. Lalalala. Speed. Speed. Ach se, ich muss ja noch diese komischen Schuppen überall finden, ne? Banditengnocher, Banditenspeer, Banditenspeer. Ah, Chico-Tafeln. Aber interessant ist erst zu erfahren, wo ich denn diese Silberfische-Dinger herkriege. Ich hab auch hier oben oben. Ich glaube, ich habe hier oben oben oben. Fertig. Bin durch a lot, eh? Irgendwie sollte ich was unter Wasser machen, glaube ich. Ich kann aber nichts finden. Äh, Questkarte? Diese dumme Questkarte hasse ich. Er hat sich so einen Schrott ausgedacht mit der Questkarte. Ähm... Ähm... Ich habe eine Leine bekommen, wie es aussieht. Ausrüstung, unverwerbliche Quest-Items... Oh! Okay, alles ist doch. Du musst echt ein bisschen fliegen sein. Der Rucksack ist voll, ist hier kein Problem. Gut. 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 Vielen Dank.